So Es wird's hart, jetzt wird's hart So, der ist auch tot So, speichern Ich guck mir das Vieh mal an, ey Das sieht ja aus, ey Boah Achso Ist aber ganz schön stark, das Vieh So, jetzt ist's down Leben So, speichern Och, ne Willst du mich doch verarschen hier So Das guckt mich direkt an So Können wir was auch machen So Habe ich jetzt was vergessen Ich kann ja irgendwie 300 Schuss auswählen, ne So, ab durch die Leber Tag Willkommen zu deinem Torch, Sternbigger Ach, ich weiß, wo wir sind Hier Geil-O-Matic Ach, guck mal, hier haben wir unsere Lieblingswaffe Kommt schon langsam ins Ende, ne Aber nett, wenn ich nochmal ganz dumm durchlaufen muss, ey Dann kippe ich um, ey So, wo ist denn jetzt hin Ist alles dicht Ah, da Aber leben Aber leben Ich weiß nicht, wenn wir unsere Lieblingswaffe Sistema Abschaffbar Du 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 Lass mich doch verarschen. So, erledigt mal nicht. So, machen wir den Doppeln wieder her. Mann, da habe ich hier den Schuss. Alter, wir sind ja hier schon wieder. So, ich weiß, wo wir sind. So, ganz am Anfang bei Doom 3. Wir haben ja genug Schuss davon. So, noch vor alle da. Jetzt. Letzter Schuss. Wie viel kommt denn da noch? Mensch, 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 Mensch. Ah, hier ist Munition voll, ne? Mal gleich nachladen. So. Was ist das für Spinnen? Ja, ganz am Ende. So, noch nicht so. So, du Scheiße. So, lande ich jetzt. Ja, gespeichert. Äh, wo bin ich denn jetzt? Was zum Teufel? Sind wir hier jetzt gelandet? Das wird aber richtig spannend. So, ey, wie ich mal, als man ein Rausrad drehen muss. Alter. So, hier ist die Schichter. Genauso wie er hier. Ich liebe einfach meine Doppelschatten. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin hier, aber es kommt mir nicht zu bekannt vor. So. So, erstmal speichern. Bäm. So, gucken wir mal hier rein. Kein Audi-Lock. Schade. Da kommt jetzt wieder was gleich runtergesprungen, ne? So, nachladen. Seht ja automatisch nach. Das ist schon mal schön. So. So. Wo oben. Ne eben. Ah, wir sind doch hier irgendwie so. Okay. So, dann gucken wir mal an Audi-Lock drin. So. Was haben wir denn hier? Äh, 6, 3, 4. 6, 3, 4. Genau. 6, 3, 4. 10. Ja. Schafgar-Munition. Genau. So, das ist viel. Na ja. Deswegen ist es nicht angeschlagen. Alter. Was ist denn eigentlich mit der Steuerung los? Steuerung ist so scheiße. Na, ist besser. So, speichern. Ich weiß nicht, was mich noch erwartet. Die Tungel. Äh, so. Ah, wunderbar. Das sieht mir gerade noch spinnig, spinnig aus. Meine Faser. Speichern. Alter, aber guck mal, was ich will. Ich hab mal kaum noch leben, ey. Okay. So. Speichern. Nein. Weg hier. So. Geht's hier lang? Ist zu. Zum etwas, ein bisschen leben, bitte. Ist ja schon ein Allgemeinrisiko gefährlich, Junge. So. Ich hab das. Ich hab das nicht. Let's go. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ist ja schon. Deswegen liebe ich die Shotgun. Da haben wir doch auch mal irgendwas gemacht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. So. Leck dich doch, ey. Fuck, Alter. Drecksack, ey. Speichern 24 Lebenspunkte, ey. Ich würde noch voll sein. Ach, Gott, Scheiße. Ach, Gott, Scheiße. So einfach wie das. Die Hölle. Ab in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Jetzt geht es in die Hölle. So. Da komme ich auch noch ein paar weiter. In die Hölle. Na, fliehe ich aber lang. Hölle. So, jetzt sind wir wieder in der Hölle. Gut. Wir wollen schon mal. Alter. So, der fliegt aber weit. Hier muss man richtig schweres Geschütz auffliegen. So. So kleine Viecher kannst du nämlich so killen. Dann habe ich ja schon richtig vermisst. So, speichern. Ach, mein Freund. So. Und da fliegt der, und da fliegt der, oh. Gehe ich noch raus, gehe ich noch raus. Speichern sind komisch. Das sieht nach Inkampf aus, wenn er hier auch. So. Wie viel hält denn der aus? Das war's. Meine Fässer. Komm her. Komm her. Wie, dass ich mal nachher ankomme. Zack. Gekillt. So, Speichern. Ich hab'n Rums. Silly. So. Schüchter. Noch einer. Das ist mal treffen können, ne? So. Toter. Toter In. So. Rot. Rot. 3. 4. So. So. Weitere Show finde mal. Ja, die Hölle ist ziemlich nervig. Wie so sieht. Ach, Scheiße. Der lebt ja immer noch. Äh, es ist so gut. So. Speichern. Es ist schön, wenn man das Dunkelspiel, wenn man die Hölle sieht, ne? Noch einer. Jetzt wird's mal langsam zu hängen. Und hält so viel aus hier. Ah, also, bitte. Schnell mal nachladen. So. Evolution. Noch einer. Es kommen zu viel hier. Kleiner. Gegen mich habt ihr doch keine Chance. Lass es doch einfach sein. So. Da sieht nach Fernkampf aus. So. Hier ist nichts. Ach, ich bin mal die schon gekommen. So. Erlebt nichts. So, jetzt geht's hier runter. Hat sich gerade selbst gekillt. Das gibt's ja nicht. So, jetzt geht's doch. Oh, keine Ahnung. Weiß es jetzt nicht. Also, ich bin mal die Schrofflinge mal. So. So. Mal gucken, was es hier gibt. ins ja ich bin schnell wieder schuf hin das kennt ihr nicht mal veröffentlichen ah sind wir hier angekommen oder was was gibt's da rein ähm erste Hilfe so, speichern weil wir voll sind Doppelspeicherung Doppelspeicherung